Ich hoffe, in drei Jahren habe ich mein erstes Staatsexamen gut abgeschlossen und werde wahrscheinlich immer noch im Studium stecken. Aber ich hoffe auch, dass ich weiter noch im Tennis gekommen bin, weiterhin viel Tennis spiele und auch noch im WTHC. Bisschen Schleim! Mein Name ist Tara Krupper, ich bin Tennisspielerin beim WTHC und ich studiere Jura an der Epps Law School. Das Time Management von meinem Studium und meinem Sport ist nicht immer ganz einfach, aber man muss einfach bereit sein, vor der Uni zu trainieren, nach der Uni zu trainieren, in der Mittagspause mal zum Training fahren. Ist stressig, aber macht auch Spaß, also es lohnt sich. Das Studium an der Epps Law School ist auf jeden Fall anspruchsvoll. Wir haben fünf Wochenblöcke, das heißt, wir schreiben alle fünf Wochen Klausuren, haben den ganzen Tag Vorlesungen, das heißt, ich gehe morgens in die Vorlesung, habe vielleicht dann mal eine lange Mittagspause, gehe zum Training und gehe danach wieder in die Vorlesung. Es ist auch viel Selbststudium, das heißt, auch nach den Vorlesungen muss man auch nachlernen. Meiner Meinung nach, die drei wichtige Skills beim Tennis sind einmal Disziplin, hart arbeiten und Lösungen finden auf dem Tennisplatz. Du stehst da alleine, genau wie im Studium, wenn ich irgendeine Klausur, einen Fall lösen muss, muss ich auch irgendeine Lösung finden. Und im Alltag Disziplin und Zeitmanagement. Ein Problem von mir ist auf jeden Fall die Logistik mit dem Auto die ganze Zeit, von der Uni zum Training, nach Hause, Parkplatz suchen. Das ist auf jeden Fall nicht einfach. Und dann plane ich auch noch am Tag sehr viel, was manchmal nicht ganz hinhaut. Ich hoffe, in drei Jahren habe ich mein erstes Staatstexamen gut abgeschlossen und werde wahrscheinlich immer noch im Studium stecken. Aber ich hoffe auch, dass ich weiter noch im Tennis gekommen bin, weiterhin viel Tennis spiele und auch noch im WTH zählen. Mein Tipp wäre, bleib bei dem, was dir Spaß macht. Harte Arbeit lohnt sich und aus Niederlagen lernt man immer was. Bis zum nächsten Mal.